Ja, wir sind die beiden Energiequickies. Esther Gauss, Dirk Linn und wir haben einiges vor. Bevor wir es verraten, ganz kurz im heutigen Tag. Esther, heute morgens Büro gekommen. Was hat dir heute morgen so richtig Energie gegeben? Erzähl mal bitte. Also vor dem Büro ist was ganz wichtiges. Ich gehe nämlich immer erstmal einmal raus und tanke mich so richtig mit Sauerstoff voll. Das ist das Erste. Dann freue ich mich darauf reinzukommen und das was mir da Energie gibt, sind dann einfach freundliche, aufmerksame Mitarbeiter. Wow. Ja, da habe ich total viel Spaß. Die denken mit, die sind lebendig und die sind auch einfach in einem guten Zustand und überfallen mich nicht mit, wir haben, wir müssten mal, wir können. Das ist toll. Ja, das ist toll. Ja, das stimmt. Untertitelung des ZDF, 2020